wie man sieht wir haben wir gerade am aufgefahren wo es letzte folge aufgehört haben wir jetzt schon wieder am start wir werden wir diese folge mit der nächsten ebene mal soweit anfangen dass wir mal so grunding erwarten haben jetzt gehen wir nur schnell ins bedieb das wieder frischer tor ist dann schauen wir gleich aussieht ich weiß jetzt gar nicht was wir alles brauchen wir brauchen wir haben relativ viel redstone wir müssen die trades mal irgendwie schauen dass die doch sauber alles machen können wir glücklicherweise in der letzten folge federfall 4 freigeschalten das natürlich mega also jetzt können wir die perfekte rüstung eigentlich bauen soweit ich das mitgeregt haben wir haben auch gefakten kopf war mich immer jetzt sehr schön mit glück dort bauen kriegen wir noch mehr kohle raus kein problem ist wirklich was nur kurz wie warst du hast du es ich bin ja schon dabei zaubern kann ich leider noch nicht so jetzt gleich mal so letztes mal haben wir dann da noch nicht so viel gehört und jetzt kann ich einfach weiter verbesserung ist brutal jetzt haben wir richtig flott unterwegs ne so jetzt mal da kann uns fast keiner mehr als wasser rein jetzt ich bin ja immer noch überlegen wie und was wir da jetzt sagen ja wir haben wir da jetzt so oder die frage ist ja gewinnt macht mir da einen zugang noch draußen sagt mir haben wir noch ein kontrol mit dem wasser vor dem beispiel die store obbauen so wie tag gern die erden da weg wenn man zumindest die sondor an pfeiler die frage ist ja gewinnt macht mir da einen zugang noch draußen sagt mir haben wir noch kontrol gang mit dem wasser ist schlamm durch schlamm schlammer die schlamm und kommt close down da rein dass dort kommt ist also wir müssen jetzt schon fast irgendwie da ein gang bauen man sagt ja man kann das oder mindestens aussie kann ich weiß ja nicht braucht man das wirklich dass man sagt mir misst man da außen rum gehen können oder es ist einfach nur weil man mir coole socken kann ich glaube wir brauchen was wirklich also da war dann close oder mal dann einen kompletten rundgang wie soll es euch da ok jetzt nichts mehr also dieses dieses höhe der wasser hat ist ja was ich weiß ich habe es nicht noch nicht mehr heute seht ja ist ja naja das ist ja auch gerade intensiv ich habe es nicht noch zwei Anton mal mache ich irgendwas noch einmal gemacht aber dann geht mir das besser jetzt etwas besser dann geht es doch ein paar dann läuft mir da oben und da ist der kontrollgang das darin also müssen wir insgesamt drei foto aus also drei das sonst war drei Das ist der Kontrollgang, dass wir kontrollieren können, ah ist da das, ist da das, haben die ausgefahren, dass sie es geerntet wurden, dass sie es nicht geerntet wurden. Das sieht ein bisschen aufwendiger aus wie anders, aber das ist ja sowieso außerhalb. Wenn ich das richtig noch sehe, da müsste er direkt close sein, und da ist eins davor. Ah der dritte gell, ah ich bin eins zweit rum, ich bin sogar schon eins zweit, wir hätten noch was drehen müssen, upsie, ja wir werden da wahrscheinlich ja sowieso da auch noch irgendwie was verzierungsmäßig bauen, dass das nicht so ladifari ausschaut. Aber das ist schon, ich muss schon sagen, das ist schon witzig irgendwie, wenn man so sagt, so ja, ah halt das, viel zu weit, äh da muss man, ich muss schon sagen, dass ich da das mit dem Claims hat dann hab, das ist schon mega, für mich einfach um einiges angenehmer zum Spähen so, für euch vielleicht wurscht, aber ist das halt für mich zum Spähen so viel angenehmer, weil ich weiß jetzt schon mal sicher, wenn da irgendwas explodiert hat, dann, das wird mir gerade auf, dass ich da umstehen kann, ähm, dass ich einfach um einiges entspannter da hinspringen kann, und nicht die ganze Zeit so, oh na, ich muss da aufpassen, ich muss da aufpassen, ich kann einfach entspannt da, das so bauen, wie ich spawnen mich, und jetzt gehen wir da um, so, was wir da umführen, genau, äh, genau, also, das ist, äh, close-Ebene, das ist die, wo wir wirklich brauchen, so jetzt mal, so, braucht man es dann, wenn ich da jetzt auch mal so ausheben, dann wir einfach den, Ding so hat, ich sag jetzt mal, wir müssten da runden, da jetzt gar nichts den Mudbricks mehr so benutzen, der hat die eher so nur an die Säulen da benutzen, oder so, das wo man halt vor innen sekt, dass man einen Unterschied hat, und der hat halt dann außen da irgendwie, na halt das, stimmt, die ich hab da die Dinger nicht, dort lassen, ich hab da den dorten lassen, ähm, eins, zwei, genau, das ist close-Ebene, müssen wir dann schauen, wie hoch das muss close machen, dass wir da nicht irgendwie, übers Ziel hinaus schiessen, dann natürlich nur in unseren gang da wo man da schon noch gar nicht sekt bis zu dem gemacht also es kommt da bambus bambus pisten beobachter eigentlich müssen wir nur eins her mit dem beobachtungsgang obwohl es eigentlich bloß aus den geld geht es eigentlich bloß um das ob es überhaupt das so macht scheiß doch ich habe es kies einfach kies ist eins von den schlimmsten sohn genau 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 da macht man doch einfach so ein rundgang mehr oder weniger also da müssen wir sowieso weiß ob hin wenn wir immer ja immer genau so immer immer wir kommen ja immer genau so hin wie wir es brauchen da müssen wir schauen dass wir einen herrn innen käme ja gar nicht aus ich würde jetzt da einfach mal dabei zu machen mit erden sonst fange ich da noch irgendwas zu bauen was kann es nicht perfekt perfekt also immer noch das ist ja noch fehl mit irgendwie immer so mit schau wir arbeiten und musste ich noch weg buddeln und tono weg buddeln dass wir sagen später ist es einfach nur noch so ja da muss ich tüß da muss ich tüß perfekt fertig äh vier die noch umwandtest du bist eigentlich wurscht ich jetzt bis oben weg hier ist sie jetzt b הת inklusive klas eigentlich möglich los ddd 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 okay ich finde es eigentlich ganz cool weil wir haben eigentlich viele Lichter sogar herunter durch das ganze da wir haben mal einen Matbricks dabei gehört oder nicht habe ich schon mal gehört wir haben ihn irgendwo nur im Rucksack oder so gehört haben oder auch nicht haben wir noch Ziegelstufen haben wir überhaupt noch Matbricks matt und briggs oder so naja holzform brauche ich eine zwar schon wieder so punkt holzform deshalb anbauen und ich weiß aber nicht mehr wo man die bauen dafür braucht man natürlich obsidian und so beziehungsweise etwas das nicht explodieren kann etwa straß nicht die explodierung konnte ich glaube dass man nur schlappen kommen im blog schlappen ist schon gut die dd dd dann haben wir noch kurz schauen was haben wir noch holz tropenbäume natürlich interessant dann machen wir uns da kisten vor 30 gehen wir haben auf jeder seite ding braucht man mindestens braucht mit mindestens nur 6 sofern wir doch nichts mit richter umhängen da sitzt sowieso noch mal druck laube inzwischen da ist noch ein verbau da aber das bringt mir nix ja dann werde ich mal schauen was kriegen wir da noch raus so er hat man 2 also 16 holz die dd So, dann gehen wir auf und machen den Trichter, dann können wir schon mal die Trichter-Ding soweit bauen. Die Trichter-Ding hat sich noch ein bisschen los, 40, perfekt, dann warten wir an die Frage, was brauchen wir noch für Hopper Ducks, da brauchen wir auch Holz, ne, ja genau, da brauchen wir 4 Holz und Ohren, aber da haben wir glaube ich noch ein Code, da haben wir da noch eine, okay, da haben wir noch eine, hmm, da haben wir mal ein bisschen Holz, da haben wir auch noch achtste Sekhärmärkte. Dann haben wir hier das Bier rein, das mit dem Rakte rein, äh, äh, da das habe ich gleich noch mal gesucht habe ich gleich noch mal gesucht, so was es könnte jetzt auch sein, dass wir draußen neu haben dass wir da draußen in der Kiste, äh, in dem Fassel neu haben wir haben gleich noch mal extra gemacht und da hat es mich einfach nicht interessiert, wie viel das wir bauen da haben wir nur Slaps herinnen, okay, da haben wir nur Slaps herinnen also, wenn wir jetzt momentan bloß 20 pro Seiten und, warte mal, hier wird es erstens in der oberen Ebene dann noch was schauen was kommt da ran vor dem Ding, da kommt Glowstone, ah, na, wir haben den Glowstone raus ah, wir haben den Glowstone, aber wir brauchen ja, ah, stimmt, braucht man erstens braucht man Beobachter ohne Ende dann braucht man den Pistons ohne Ende, aber das positive ist an Äußerungen, die haben wir on mass, das zeigt also, wir haben noch kein Problem damit ähm, wie teilt es mal so mit Kämatista ich weiß mal so ein bisschen weg da brauchen wir bloß die Lorter äh, Lorter, 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 Lorter die haben wir natürlich jetzt nicht da die haben wir jetzt natürlich nicht da, aber das ist mir jetzt erstmal wurscht da jetzt einfach mal da, so, so, dass wir unsere Trichter ausschließen können so wie es gedacht ist thereofen, ich braucht ja noch, äh, Schlamm für dass andere Zeit dann so, so 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 . .- .-. so so Drei 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 so dann haben wir schon mit dies das macht schon so viel mehr spaß wenn es hier gibt es die effizienz 5 wenn ich da jetzt einfach was blöd es gibt die effizienz 5 ahnung aber es wurscht haben wir jetzt mal effizienz das ist schon mal richtig nice weil dann haben wir schon mal die gröbste moi noch so 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 Sollte jetzt eigentlich gar nicht so das Problem sein, weil ich kann einfach so mal, kann ich die schon mal so weit wie möglich ausschließen und ich muss dann bloß noch den Ding da runterziehen. Und ich habe jetzt nicht direkt den Verlust so, würde ich jetzt mal sagen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Müssen wir uns kurz da mal aufbauen, weil ich einfach ein Dödel bin. Lord dann, würde ich auch mal natürlich... Ich habe es gerade nicht mehr, wie man die baut. Baut man denn die? Okay, jetzt können wir den Weg schon mal fertig bauen. Ich habe letztens aufgenommen und testet, ob ich den so herbaut kann. Jetzt sind meine Dinge aufgefallen. Wäre ja ganz witzig gefunden. Du merkst immer wieder, du machst es einfach trotzdem immer wieder anders. Egal wie oft, dass du was baust oder vorbaust oder so. Du folgst ja nur mal ein, das kann ich eigentlich so machen. Oder so, das kann ich so machen. Klos, ja ich weiß nicht, möchtest du da dabei sein, wie wenn ich Klos als Saison formen? Oder, möchtest du jetzt sagen, das kannst du mal ohne wie uns machen? Wo lasst du hin? Ich habe aber so wenig Dinger einfach. Ich habe voll zu wenig Pampus. Äh, hmm. Joa, ne? Wenn ich da auch dabei kann, mal. Ich glaube, ich habe da mal auch dabei kann, oder? Ah, ich wollte schon nachts schauen. Was haben wir schon gedacht? Ich habe es mir schon gedacht, g? Das wissen wir ja nicht. Hm. Ich finde es immer noch schade, dass der Trade vom Redstone einfach... Ich muss halt mal schauen, ob der Trade ein Heer sein kann. Von Haus aus. Hm, dann braucht man den Schlumpf unten. Also, ich würde jetzt, wie gesagt, erstmal einfach das so standardmäßig bauen. Äh, dann haben wir das Problem, wenn wir einmal gehen, dann können wir es betreiben. Klos ist jetzt so eine Sache, mein Gott. Das ist halt nur eine Farmsache. Also, ich weiß nicht, haben wir noch nicht sogar noch was. Dann haben wir ja auch die... Ach die... Ach die... Oder gewetschte vielleicht. Ähm... Die Saison ist schon mal so in der nächsten Folge, ob ich am Klos arbeite, jetzt gehen wir erst mal da weiter. Weil anschalten können wir es ja sowieso noch nicht. So schnell geht es dann auch nicht. Da braucht man relativ viel Redstone. Relativ viel Anderszeug. Aber der Weg, der ermöglicht uns schon mal, dass wir, äh, viel einfacher, uns spawnen. Weil, da können wir da einfach so rund umgehen. Da können wir immer von beider Seiten hin. Wir haben noch kein Geschiss mehr. Gehen wir mal drauf. Bäh, 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 bäh. Jetzt zum Beispiel jetzt. Jetzt können die ja Klosetone reichen. Da innen. Und die habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich habe jetzt da Klosetone. Ich frage mich ja gerade. Kann ich wirklich machen, gell, sowas? Crazy. Ähm. Genau. Da braucht man ja, wie gesagt, diesen... Spot. Von denen. Da können wir easy cheesy einfach... den klostern da auch noch mal schnell wenn wir den inno haben dann können wir da lockerflokig verbauen also müssen wir dann schon mal wieso bin ich die fokke nur dort lassen jetzt haben wir auf alle fälle da und schießen kloster im moment der mitten ersetzen müssen jeweils ist jetzt kein probleme was dort kommt der weg da kommt er weg da 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 perfekt ich glaube der leite nicht der matt britt irgendwie so war das der leite glaube ich nicht deswegen habe ich nicht benutzt haben wir da glaube ich noch irgendwo genau macht man einfach wieder wieder vor die eichenholzbretter hier macht man einfach da jetzt überall den 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 genau da jetzt einfach mal das dabei wieder ausfüllen wenn das eh das unterste ist dann dann haben wir also wir haben wir da close down und dann kommt die Ebene kommt die Ebene mit äh wie heißt es jetzt mit den pistons die pistons können wir aber zubauen normalerweise mir fällt ja gerade auf wie kommen wir überhaupt aus der außen rein in den Püsten äh in den Kontrollgang wir müssten ja fast von außen zugänglich machen dann haben wir gesagt jo wir kommen von dort aus daher jetzt geht das sonst gar nicht äh ja ok hm wo ist der Kabelstuhl der Kabelstuhl das ist dann da das ist die Redstone Ebene wenn ich das noch richtig weiß ich wollte mich auch mal austauschen zum anderen Stuhl ne aber das lassen wir jetzt erstmal so ja das ist jetzt da oder dunkler geworden oder bäte ich mir das jetzt gerade ein bäte ich mir das auch nicht ein oder äh vier äh den haben wir glaube ich auch noch dabei gehabt die oder habe ich die außen da die habe ich außen da äh genau das haben wir das haben wir dann da ich habe jetzt wieder das hier ne 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 so das ist eigentlich ganz cool weil du kannst einfach alles schon hier bauen du hast Korkschies mehr so das einzige was ins Feld ist es hat äh Redstone Redstone Pistons die Pistons fein und ähm da müssen wir schauen ob da noch irgendwas anders ist was da noch hinbaut gehört das schwarze soll sie extra dk schwarz ist extra, extra, extra dk 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 das brauchen wir dann erst später später, später, später jetzt haben wir uns Zeit um das, dass wir die Trades wieder resettet hätten und dann könnten wir jetzt einfach den kaufen, dann könnten wir jetzt einfach kaufen, müssen wir jetzt aufschauen, nehmen wir dem Royals mit, schauen wir noch schnell mal auf, das war schon echt wichtig, der eine wird schwierig, dass der sein Ding fest hat, der jetzt da rechts da unten steht, weil die anderen zwei, die Misser hat eigentlich direkt davor stehen, die Misser hat eigentlich in der Linken stocken können jetzt bin ich wieder blöd also er der fährt, nicht refreshed haben, die zwei Misser hat noch mal refreshed haben, die beide davor stehen, ja der, er hat auf alle fährt refreshed, das ist schon mal gut gehen wir jetzt auch los ja irgendwann hat jeder sein eigenes Ding und jedes sein eigenes Teil da ich sag jetzt mal, wenn wir Schutz und so haben ich fückel auf, wie kappt man es einfach wir nicht schon Haltbarkeit auf uns und so jetzt haben wir aber die Bier hier nicht, die Bier hier nicht dabei, gell äh, aber wie können wir Federvoll äh dann macht man einfach schnell so ich sag mir ist es inzwischen einfach egal äh genau Haltbarkeit Federvoll dann können wir nämlich diesmal äh ich hab gebäben das wars jetzt ist der big problem so dann ist unglaublich dann können wir nämlich jetzt einfach so mit dem wir einfach auf unsere äh Rüstung noch Haltbarkeit drauf dann holt es natürlich mehr da aus schulgering Federvoll wir machen jetzt halt mal den Diamantstiefeln und dann können wir also irgendwann zu Netherite halt auch upgraden das ist jetzt eigentlich eigentlich muss ich sagen, Netherite ist jetzt nicht so das Problem das ist bloß das Farming vom Netherite ist eher das Problem äh und das muss man halt noch und nach können wir jetzt easy cheesy alles machen äh dem bei dem bei dem bim goil betötet mich mit dir um orten okay man jetzt glaube ich nur Schutz und so drauf daran aber schon mal dieses Problem nicht mehr äh äh da jetzt einfach mal eine Helm nochmal dass wir den schon mal haben da müssen wir eh demnächst mal wieder auf Diamantensuche gehen und da auf dem Helm jetzt sowieso nur Haltbarkeit drauf war ist es eigentlich sogar besser wenn wir den nehmen jetzt haben wir schon actually fast voll Tier jetzt wird man bloß noch den ich weiß nicht vielleicht sollten wir erst mit dem Tier äh brusthaunisch noch warten ich werde den jetzt mal auf äh äh und so stimmt oder na dann gehen wir schliepen wir müssen das Problem ist äh dass man die Lohn die müssten wir irgendwie hier kriegen und dann müssten wir uns das nächste Ding muss man sagen unbedingt der Tier Schwert eigentlich machen fällt mir da rein das ist eigentlich viel wichtiger als wie Tristung mehr Damage ist halt einfach key bei denen so Stick kann man auch perfekt so beim Schwert dann gehen wir da immer Bücher dann sogar noch Holz wo war jetzt wo war jetzt den wir unten noch ein bisschen Holz hier da die 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 äh hallo also so geil das ist mit dem rechten Hand drauf haben aber wenn du essen musst Minecraft ist das halt einfach echt doof was ich halt leider so oh ja das ist so crazy das geht nicht schon so weit aber wir haben wir noch nicht mehr annähernd auf der Höhe wo wir hin müssen dann wir müssten ja nur 7 Etagen niederreden oder 7,10,8,6 müssen wir weiter runter wir haben ja jetzt erstmal bei der dritten wir müssten ja nur doppelt die Nummer runter ich glaube das wird nice perfekt so dann geht es nochmal oben und da ist so Schwert da die Avaust Haltbarkeit äh äh jetzt weh jetzt wir uns gerade auf Reparatur Reparatur müssen wir drauf machen äh genau Reparatur kriegen wir auch für Ohren ich liebe einfach das Späsel das Späsel seit ich diesen mit dem Trading so drinnen habe halt ist einfach höchst illegal das muss ich halt wirklich sagen äh was ist man da flucht die Bindung genau bbb hat da irgendein Bücherregal das war günstig verkauft für mich was sagt mit Bücherregal du war nicht er hat er hat so jetzt muss ich das überlegen Rüstung Schwert braucht man noch einmal äh ich habe mehr Emeralds dabei ich kann schon wieder nichts aufnehmen schon wieder voll wenn da jetzt Hitze so dreimal Reparatur ey ich glaube ich muss da irgendwie noch Ding her bauen bauen jetzt da ein Amboss her das ist ist jetzt einfach so Punkt 1 geht kaputt der obere und da müssen wir nicht die ganze hin und her erinnern ist mir nämlich jetzt irgendwie zu blöd also ich will jetzt erst mal auf Schwert weg jetzt erst mal auf wieder Reparatur perfekt dann kommt da Mending drauf dann kommt da Mending drauf jetzt haben wir schon mal unzerstörbare Rüstung eigentlich aber da haben wir jetzt noch Sharpness so da Sharpness was haben wir da noch Schnellladen Haltbarkeit kommt auch noch drauf aber dafür braucht man jetzt wahrscheinlich erstmal das 6 das 4 da braucht man jetzt ein Level perfekt ich liebe das einfach muss zu wenig zahlen für alles das macht zu Spaß einfach können wir jetzt endlich mal gescheit anfangen zum spähen wenn wir jetzt einfach alles machen können wir haben wir so frei von allem so Bock einfach so geil nehmen wir die wieder rauf hier lohnt soll dann kein Problem mehr sein ich weiß gar nicht levelmäßig und levelmäßig wir haben gar nichts mehr haben oder wie habe Oli ausgelaut vor natürlich nicht geschaut ein So, das drauf, das drauf b, d, d einfach 2 3.2 steckst oder bei 400 extra ausklar das dies im nid passiert 6 level, drüber doch exklar So, da ist immer noch nichts drin, super. Ich kriege die ganze Zeit da Kaktusse, oder? Weil die ganze Zeit da irgendwie checken. Dings. Ja, wenn es euch gefallen hat, los, hau das, like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, habe diri!